Ich bin der Hound. Du hörst Nerdyismus auf dem Internet. Und mit mir immer wieder dabei, vor dem Fernseh versammelt, der Michael. Hallo. Valo Mogulis. Ja, Valado, Eris, Dothrakis, was auch immer. Wir haben heute eine Doppelfolge vor, weil wir Schande über uns und Asche auf unser Haupt letzte Woche doch tatsächlich auch mal was anderes zu tun hatten, außer rumzunörden. Und da sind wir tatsächlich nicht dazu gekommen, noch eine Folge aufzunehmen. Das heißt für euch, liebe Hörer, dass ihr heute eine Doppelfolge habt. Das heißt, ihr könnt uns vielleicht ein bisschen in doppelter Länge heute hören. Mal gucken, wie lange wir reden werden. Und wir haben vor allem noch unser Gewinnspiel, auf das ich weiterhin hinweisen möchte. Und das gilt natürlich dann heute auch, indem ihr beide Folgen bewerten könnt. Das heißt, wie könnt ihr gewinnen und was könnt ihr gewinnen? Es gibt ein Game of Thrones Monopoly zu gewinnen am Ende der Staffel. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach unter den aktuellen Post dieser Folge eure Schulnote für diese Folge Game of Thrones geben. Also von 1 bis 6, wie hat sie euch gefallen? Und wenn ihr das fleißig jede Woche macht, dann habt ihr natürlich auch eine hohe Chance, das Game of Thrones Monopoly zu gewinnen. So, genug der Vorrede. Wir steigen mal wieder ein. Wir fangen an mit der Folge 6. Die haben wir nämlich noch nicht besprochen, richtig? Na, genau. Moment, Folge 3. Folge 3, mein Gott. Ich bin schon viel zu weit. Genau, Folge 3. Mein Gott. Die Folge 6 war noch nicht im Leak mit drin. Die war noch nicht im Leak mit drin. Du hast es ja nicht abwarten können. Ja, ich habe kurz reingeschaut. Kurz reingeguckt. Na gut, aber so weit, wo man die vorspricht. Also, Folge 3. Die fängt an gleich mal mit einem Highlight, auf das man ja im Prinzip ja schon sieben Jahre lang gewartet hat. Nämlich, dass sich Jon Snow und Danny erst zum ersten Mal treffen. Und kriegst du den kompletten Namen von der Khaleesi noch zusammen, wie sie vorgestellt wird? Äh, das ist mir zu lang. Da sind mittlerweile so viele Titel, das muss man schon irgendwo ablesen. Das macht Missandei schon ganz gut. Ja, und vor allem, sie schafft es ohne Ablesen. Was meinst du, wie oft sie das schon gemacht hat? Ich meine, wie viele Gäste hatte Daenerys mittlerweile auf Dragonstone schon da? Und jedes Mal wird sie wahrscheinlich den gleichen Trend immer runter sagen. Auf Dragonstone? Glaube ich noch gar keinen, oder? Doch, klar. Wer waren da die letzten Folgen zu Besuch? Hier, Melisandre war da. Wer noch? Die Queen of Thorn, die Leute aus Dorn. Okay, ja, gut. Die Greyjoys. Also waren schon ein paar Leute da? Ja, gut, okay. Und vielleicht haben sie die ja alle im Thronsaal versammelt und es in einem Runde, in einem Aufwasch gemacht. Genau. Aber hat die Staffeln ja davor schon gemacht. Deshalb ist es schon okay. Aber als erstes, bevor wir zu diesem großen Treffen kommen, latschen alle nochmal am Strand entlang. Und wir sehen auch hier wieder, im Gegensatz zu den Staffeln davor, Riesensprung. John hat sich in der letzten Folge entschieden, mal eben schnell rüberzufahren. Also Anfang der Folge sind sie schon drüben. Yay! Westeros Travel Rules. Ja, genau. Das ist eigentlich immer meine Beschwerdestelle. Da habe ich aber in der vierten Folge dann nochmals zu beschweren drüber. Aber da greifen wir jetzt ein bisschen vor. Ja. Ja, umso ausführlicher werden dann Fußlaufpassagen gezeigt. Ja. Und natürlich müssen die Drachen mal ein bisschen angeben, indem die einmal kurz drüber fliegen. Aber da gewöhnt man sich dran. Da gewöhnt man sich dran, genau. Aber es ist auch natürlich eine ganz coole Sache, so ihre, seine Gäste zu beeindrucken und zu begrüßen. Also da sagt keiner direkt mehr was gegen die Mutter der Drachen. Mhm, das stimmt. Ich bin auch immer wieder fasziniert von diesem Prohn-Saal-Design, was so eigentlich irgendwie völlig abgespaced ist. Also es passt überhaupt nicht zu dem, auch von den Formen her und so. Es eigentlich eher, könnte aus Dune sein oder irgendwie ein Sith-Tempel oder so. Aber zu Dragonstone, so einer Insel mitten vor der Küste, die auch nur halb aus Stein besteht und wo wir jetzt wissen, dass da viel Drachenglas ist. Also ich finde, das passt schon ganz gut und ist ein schöner Kontrast zum, obwohl es noch nicht mal ein Kontrast ist, passt gut zum Iron Throne noch dazu. Ja, das stimmt. Also ich finde aber dann, mir ist die Burg von außen dann aber schon wieder zu Dungeon & Dragon mäßig. Ja. Um, von innen so mit den Dreiecken und diesen eckigen Formen und so. Also ich finde es gut, aber es passt irgendwie. Also ich warte die ganze Zeit, dass irgendwelche Schiebetüren auf und zu gehen. Ja. Ich finde, das passt schon ganz gut, vor allem zu dem abgespaceden, was die Targaryens ja selber eigentlich auch sind. Aber eine Stelle hast du auch noch übersprungen. Wir haben nämlich ein schönes kleines Gespräch zwischen Melisandre und Varys, wo es ganz viele Vage-Andeutungen gibt, die wahrscheinlich im Laufe der nächsten zwei Staffeln noch irgendeine Art von Bewandung haben werden. Welche meinst du jetzt genau? Also dass sie sich halt nicht blicken lassen will, wenn sie Jon Snow sieht, okay. Ich meine, es kommt ein bisschen raus, dass sie vielleicht gar nicht mal so unlautere Absichten hat. Ich meine, sie ist ja zumindest ehrlich zu Varys. Letztendlich ist das doch mit allen, die was glauben und nach ihrer Überzeugung handeln. Sie hat vorher in den Staffeln vorher geglaubt, sie würde Stennis zum Sieg führen und hat alles dafür gemacht und hat jetzt im Rückblick gesehen, oh, es war alles falsch, was ich gemacht habe, also versuche ich mal ein bisschen weniger, ein bisschen mehr Piano zu machen. Aber hier geht sie ja jetzt ganz zurück. Sie sagt ja sogar, dass sie zurück nach Volantis will und da ist jetzt die große Frage, was sie an einem anderen Kontinent wieder will. Ob sie bis zur Dunkelheit von diesem, ich weiß schon gar nicht mehr, wie das heißt, wo es ganz, ganz hinten in der Ecke, wo auch wohl die dunklen Biester und dunklen Götter herkommen. Ich schätze mal, da will sie hin zurück, um irgendwas mit dieser Legende von Azor Azai rauszufinden, der ja erst Stennis sein sollte und jetzt wohl John ist, laut ihrer Vermutung. Ist das sowas wie der Kwisatz Haderach? Das sagt mir jetzt nichts. Oh, da gehen sie nochmal in ihre Frank-Herbert-Schule, Herr Schlinge. Okay. Dann kommen sie mal wieder zurück. Oder ist das sowas wie Mordor? Wer sagt das beides jetzt gerade gar nichts? Ist ein bisschen wie Mordor, glaube ich. Aber das Wichtige ist eigentlich nur, dass sie diese Legende, dass sie der Legende von Azor Azai hinterher geht, dass dieser Typ wiedergeboren wird in Form von irgendeinem anderen. Und das könnte Daenerys sein, das könnte John sein und wahrscheinlich sucht sie noch nach so ein paar Anzeichen, um sich jetzt ganz sicher zu sein, wer denn der kommende Prinz ist, wo wir ja letztes Mal gelernt haben, es gibt keine Gender-Unterscheidung. Also mit Wiedergeborenen habe ich letztens ja eine lustige Theorie gelesen, was uns in Star Wars Episode 8 erwarten wird, nämlich, dass Rey der Vater von Luke ist. Da denk jetzt mal drüber nach. Rey der Vater von Luke? Okay, wie soll das jetzt funktionieren? Naja, in dem im Prinzip der Geist dieses einen Chosen One immer reinkarniert wird und Anakin halt eine Inkarnation davon war. Okay. Deswegen hat sie auch die Machtkräfte. Meinst du, die werden so metaphysisch? Keine Ahnung, es stand auf Reddit, das muss überhaupt nicht stimmen. Lass mal, lass mal. Auf jeden Fall deutet Melisandre auch an, dass beide auf diesem Kontinent sterben werden. Wahrscheinlich hat sie wieder irgendwas in den Flammen gesehen. Und Varys sieht dann doch etwas verängstigt oder beunruhigt aus danach. Ja, das stimmt. Wobei, ich sag mal so, er müsste eigentlich realist genug sein, um zu wissen, dass so jemand wie er eine Serie wie diese nicht lebend überstehen wird. Wahrscheinlich. Bisher konnte er sich ja doch durch alle Windungen durchzwängen. Ja, aber dann fällt er halt die Klippe runter oder so. Aber dann kommen wir endlich in diesem Thronsaal an. Und in diesem Thronsaal gibt es ein Treffen, worauf wir lange, 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 lange gewartet haben. Und hat es für dich funktioniert? 0,0. 0,0? Also, irgendjemand, warst du das, hat gesagt, oh, voll der Gänsehaut-Moment. Oder war das irgendwie Nerdistin Anja oder so? Ich glaube, aber du hast das geschrieben. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Kann ich 0,0 nachvollziehen. Also, es war sogar irgendwie ein bisschen over the top lustig, so mit diesem überlangen Vorlesen der Titel. Und er dann so, boah, John Schnee, Bastard von Winterfell. Also, ähm, ja. Also, ich meine, ich konnte das nachvollziehen, wie sie sich so unterhalten haben und so weiter. Das war alles in Ordnung. Und das ist ja im Grunde genommen jetzt ein langer Dialog, der sich jetzt über zwei Folgen dahin spinnt, bis das Ganze dann jetzt zu einer Auflösung kommt. Aber da hatte ich mir jetzt irgendwie so, ich kann dir aber gar nicht sagen, was. Aber so, wie es gemacht war, hat es mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Aber es hat es mir jetzt auch nicht gestört. Aber, ja, also, ich habe eigentlich erst, nachdem du gesagt hast, das war voll der, ich habe mich so, keine Ahnung, ich sage jetzt mal mitgenommen oder nicht, falsches Wort. Du weißt, was ich meine, ja. Ich habe mich irgendwie so aufgebühlt oder weiß das Leute was. Da habe ich mir gedacht, so, mich gar nicht. Und ich kann dir aber auch gar nicht sagen, warum. Es war einfach ein weiterer Allianz-Talk unter vielen irgendwie. Natürlich ist die Frage, kniet er sich dann hin und beugt ihr das Knie. Aber das wird ja, das war ja klar, dass das in dieser Szene noch nicht beantwortet wird. Das wäre ein bisschen zu schnell gewesen. Naja, aber es ist doch schon, ich meine, wir haben jetzt im Prinzip die zwei, neben Cersei, die zwei mächtigsten Menschen in Westeros gegenüber, die beide eigentlich mehr oder weniger in ihre Position gebracht worden sind. Jon wollte ja gar nicht König im Norden werden. Daenerys hat ja die ganze Zeit erst gedacht, dass ihr Bruder das wird. Und dann hat sie nach und nach ihre Rolle angenommen. Aber letztendlich wurden die dann nicht reingeboren, in dem Sinne, dass die immer schon dachten, jetzt werden die König werden. Und deshalb, es ist ein bisschen ein Kräftemessen, ein lustiges Kräftemessen, ein interessantes Kräftemessen zwischen diesen zwei doch sehr jungen, sehr unerfahrenen Herrschern, die aber im Gegensatz zu dem, was wir bisher kennengelernt haben, einfach ganz andere Ziele haben als die alle, die da vorgekommen sind. Ja, und diese Unerfahrenheit, die kommt halt dann im Grunde genommen doch schon zum Tragen. Also es werden ja dann auch gerade von Danny einige Entscheidungen getroffen, wo man ehrlich gesagt nur mit dem Kopf schütteln kann. Jetzt ist halt die Frage, wird es innerhalb des Serienuniversums funktionieren? Oder gibt man einen recht realistischen Ansatz und sagt, naja, war halt eine dumme Idee. Und zumindest, was den ersten Teil des Plans angeht, der geht ja nicht auf, wie wir dann im weiteren Verlauf sehen werden. Ja, aber das ist ja nicht ihre Schuld. Letztendlich hat sie ja, wir können ja jetzt ein bisschen springen, in der ersten Folge, nee, in der zweiten Folge haben wir ja den Plan von denen gehört, dass die versuchen, King's Landing zu belagern. Kasterly Stein, Rock einzunehmen, genau. Genau, einzunehmen, weil das im Prinzip die wichtigsten Punkte sind, dass die versuchen, auf dem Mehrweg eine Macht zu erlangen, ist ja alles in dieser Folge. Und in der letzten Folge hat das alles nicht funktioniert. Und das sind alles Sachen, die eigentlich Tyrion als der Chefstratege vorgeschlagen hat. Daenerys hat das nie gesagt. Ja, aber er hat es, und das hat mich damals eigentlich schon gestört, er hat es vorgeschlagen wie in so einem Videospiel. So als kannst du halt, wenn du es nicht schaffst, nochmal von vorne anfangen. Also scheitern war in diesem Plan nie eine Option. Zumindest nicht in dem kurzen Briefing, das man da gesehen hat. Da war ja nie scheitende Option. Wir machen das, wir machen das, und dann passiert das, und dann machen wir das, und dann machen wir das. Aber es gab ja nie einen Plan B. Zumindest keinen verbalisierten. Das zeigt uns auch wieder, wir sind jetzt in einem mehr TV-Serien-Format, wo uns gezeigt wird, wie der Plan ist. Aber ein Plan, wir wissen, ein Plan A geht nie gut. Der normale Russe geht nicht mehr ohne Plan aufs Klo. Wenn du weißt, aus welchem Film das ist, kriegst du einen Nerd-Bonuspunkt. Ja, also von daher, da war ich jetzt, also ich war jetzt nicht enttäuscht von dem Meeting, aber es hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Okay. Also mich hat es gereizt. Ich hätte mir noch ein bisschen mehr Chemie gewünscht. Wahrscheinlich haben sie sich das für später aufgehoben, was meiner Meinung nach in der nächsten Folge noch etwas besser funktioniert. Oder man bräuchte dann doch eher solche Schauspieler wie Sean Bean und Leute mit etwas mehr Gravitas drin, wie der Schauspieler von Davos Severs, hat ja auch deutlich mehr eigentlich Charakter als die beiden zusammen. Ja, das stimmt. Ja, und so im direkten Vergleich sind sie dann doch beide ein bisschen blass. Ja. Wir machen einen kurzen Abstecher ins Meer und sehen, dass Theon gerettet wird von seiner Verwandtschaft. Ja. Viel ist ja nicht mehr übrig. Und das, was noch übrig ist, wird gerade durch die Straßen von King's Landing gezerrt. Genau. Wie schon gesagt, also wir hatten ja letztes Mal darüber diskutiert, sind sie jetzt tot oder sind sie jetzt nicht tot? Also die Tochter ist noch am Leben und Delaria Cent ist noch am Leben. Mhm. Und Yara ist auch noch am Leben. Also dann sind halt zwei Sandwipern am Schiff gebaumt. Genau. Ja. Wobei auch die Halbwertszeit ist relativ überschaubar, zumindest was die dritte Tochter angeht. Das habe ich nur, weil ich einfach die alten Folgen jetzt nicht mehr so 100 Prozent im Kopf habe. Aber so wie ich das dann verstanden habe, also Eurung gibt ihr dir als Trophäe. Und so wie ich das dann verstanden habe, gibt Cersei, der Tochter, das gleiche Gift, das auch ihrer Tochter verabreicht wurde. Genau. Dieses The Long Goodbye. Genau. Okay. Alles klar. Was dann aber bei ihrer Tochter doch scheinbar länger gebraucht hat. Oder wir haben diese ganze Seefahrt, die dazwischen lag einfach nicht mitbekommen. Ich glaube, die Seefahrt war, nö, die steigt ins Boot und kommt tot an. Oder? Wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Aber die ist ja die Szene, wo sie ins Boot steigt. Aus der, war das, vorletzten Staffel, glaube ich. Die ist relativ schnell angeschlossen an dem, wo sie auch drauf geht. Und dafür, dass das Ding The Long Goodbye genannt wird, war das recht flott. Und hier wird ja auch wieder gesagt, das kann Tage, das kann auch Monate dauern. Bei der anderen, bei der Tochter, war es dann halt nur Minuten scheinbar. Wer weiß, wie oft sie das schon, oder wie lange sie das schon verabreicht gekriegt hat, kommt ja auch dann vielleicht auf die Dosis an oder so. Also ich glaube, hier ging es einfach jetzt mehr um den dramatischen Effekt. Genau. Und die beiden Sand Snakes, also ich glaube, wir werden von denen erstmal nichts wiedersehen. Die gehen drauf und vielleicht, wenn King's Landing eingenommen wird, ja, vielleicht wird ja King's Landing halb zerstört. Ilaria Sand kann sich wieder befreien und Cersei und Ilaria killen sich gegenseitig. Obwohl, nee, Jaime muss eigentlich Cersei killen. Das ist ja das Ganze, der Brudermord, äh, der Schwestermord, der auf jeden Fall Mord von Geschwistern. Aber ich meine, die Art und Weise, wie Cersei das Gift verabreicht, ist aber jetzt ablädt. Ich meine, die hat sich das auf die Lippen geschmiert. Ja gut, sie trinkt dann halt ein Gegengift. Ja, okay. Ja, aber genauso wurde das ja auch ihrer Tochter verabreicht. Stimmt. Sie muss das ja, sie muss das ja irgendwie von Jaime oder so mitbekommen haben. Ja, ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also es ist ein kleines Intermezzo, das soll nochmal zeigen, was für eine böse Königin Cersei jetzt mittlerweile geworden ist. Zwischendurch sehen wir nochmal ein bisschen, wie Euron ein bisschen mit Jaime rumspielt und ihm Cersei wegschnappen will, was Jaime gar nicht gut findet. Aber letztendlich ist es wirklich nur ein kleines Intermezzo und bringt nicht so viel der Story, als zu zeigen, wie gesagt, Cersei ist eiskalt und hat keine Gefühle mehr. Ein bisschen längeres Gespräch haben wir dann danach. Eine Spiegelung von den Ereignissen auf der Mauer, wo Jon und Tyrion, nee, nur Tyrion von der Mauer gepisst haben. Aber hier pinkelt keiner ins Meer. Aber sie stehen wieder an einer Klippe und gucken irgendwo hin. Und diese Klippe ist in dem Fall sogar echt, also nichts Animiertes. Deshalb sieht es auch schon recht beindruckend aus. Ich frage mich ja seit unserer Folge mit dem Pixelmondo-Menschen, also wie viel dann immer aus dem Rechner kommt. Also so ein bisschen war die Folge keine gute Idee. Auch wenn das ein tolles Gespräch war. Aber jetzt gucke ich halt wirklich so übertrieben auf die Hintergründe und so. Aber das hat, ich glaube, vielleicht wurde ein bisschen retuschiert in den Hintergründen. Aber für mich sieht das alles relativ real noch aus. Also ich glaube vielleicht so ein bisschen die Berge im Hintergrund, dass die dazugefügt worden sind und dass vielleicht ein paar Dörfer rausretuschiert worden sind, die ja definitiv da irgendwo sein müssen. Man sieht ja auch, wie die Felder abgestochen sind da hinten überall. Ich denke mal, dass einfach die Chemtrails werden rausretuschiert und ein paar Illuminati-Zeichen werden auch reinretuschiert. Das wird auf jeden Fall gemacht. Ja gut, im Grunde genommen geht es aber halt darum, dass John Tyrion sagt, was er jetzt eigentlich haben will. Lämisch Drachenglas. Dragonglas. Und Tyrion hier seiner eigentlichen Rolle so ein bisschen nachkommt, wirklich ein Berater ist. Und das kann er ja eigentlich vielleicht bis auf die Kriegsberatung immer ganz gut. Ja, oder um es mit dem Paten zu sagen, es gibt halt Konziliere für Kriegszeiten und Konziliere für Friedenszeiten. Und vielleicht ist der Tyrion einfach nur ein Konziliere für Friedenszeiten. Vielleicht schlägt er sich als Drachenreiter besser. Ich freue mich schon darauf, wenn wir ihn hoffentlich auf einem der Drachen sehen. Wie kommst du denn darauf? Ja, die ganze Theorie, dass er noch ein Targaryen ist insgeheim. Oder dass er der dritte Kopf ist. Wie wir aus den Büchern kennen, der Drache hat immer drei Köpfe. Und irgendein Dritter muss ja schließlich den dritten Drachen reiten. Also es wird definitiv den Nehres sein. Und ich schätze mal als zweites auf jeden Fall Jon. Aber wird der dritte Tyrion sein? Da habe ich jetzt gar nicht. Also da habe ich jetzt. Also da hast du mich jetzt ja völlig auf den falschen Fuß erwischt. Also ja. Haben wir doch schon mal drüber geredet. Ja, ja. Jetzt wurde Zest. Aber haben wir da in der letzten Staffel schon drüber gesprochen? Ich glaube, wir haben ja. Ja, kann gut sein. Liebe Hörer da draußen, die ihr unsere Folgen besser kennt als wir, falls wir das getan haben, schreibt es in die Kommentare. Letztendlich die Konsequenz aus der ganzen Geschichte. Jon geht noch mal zu Daenerys. Die haben noch mal einen kleinen Plausch. Und yay, er darf sich das Drachen Lars alles nehmen und kriegt sogar Unterstützung dafür. Ist der Zeit geschuldet, dass es wohl so schnell ging. Also von daher. Finde ich auch nicht schlimm. Ich meine, wir sind an keinem Punkt in der Serie mehr, wo noch viel diskutiert wird und viele langatmige Szenen drin sind. Hier muss Action passieren und hier passiert auch Action. Ja, das stimmt. Ich meine, es gibt ja dann am Ende noch das Gespräch zwischen Jon und Daenerys auch noch mal auf der Klippe noch mal direkt, wo sie dann noch mal ein bisschen was über ihre Drachen erzählt und er dann halt sie noch mal davon überzeugen will, dass es halt die White Walker wirklich gibt. Ja. Und so weiter. Ich kann diese White Walker-Skepsis ja wirklich nur so in Grundzügen nachvollziehen. Wieso? Ja, weil die haben so viel gesehen und sie hat Drachen und dann glaubt keiner und Drachen sind ja bestätigt, also daran glauben ja oder das wissen ja alle, dass es die gibt oder zumindest gab. Die meisten, die ja noch nicht wissen, dass es sie wieder gibt. Also alles ist möglich in dieser Welt und das ist aber dann wird von völlig ins Reich der Fabel verwiesen. Also es gibt Riesen und dieses und jenes und bla und die sind aber so vollkommen außerhalb der Möglichkeiten, die sich alle anderen vorstellen können, außer die, die sie gesehen haben. Aber die hat auch kein Schwein seit Jahrtausenden gesehen. Drachen waren bis vor, wann ist der letzte Drache in dieser Welt gestorben? Ich glaube vor 100 oder 150 Jahren sind die letzten Targaryen-Drachens draufgegangen. Die waren dann nicht mehr so riesig, aber erstens haben die relativ viele Leute noch gesehen in relativ naher Vergangenheit. Wir haben die ganzen Drachenknochen, die lange in den ganzen, in den Katakomben, in den von King's Landing überall an den Wänden hingen. Also das ist schon was, woran die Leute glauben können. Aber The White Walker, die hat, also ganz ehrlich. Naja, dann hätten sie aber auch schon die Nachtwache und die Wall schon längst abschaffen können. Ja, das ist ja dann Tradition. Das ist ja Tradition. Und die haben das ja mehr oder weniger als die, das Aussätzigen-Gefängnis, als das Australien von Westeros angesehen. Ja gut, okay. Weil ich meine, die Wildlinge, die kannst du auch nur durch die Mauer alleine aufhalten. Also mit ein paar Leuten, die da oben dran stehen. Aber gut. Ja, genau. Ich meine, das war ja in den ersten Staffeln, wurde das ja alles groß gesagt. Die Nachtwache hat ja selber nicht an die White Walkers geglaubt. Und die sind ja selber auch nur wegen den Wildlingen darüber gegangen, um zu gucken, was mit dem Rest der Nachtwache passiert. Und ich meine, letztendlich an irgendeinen Typ, den du nicht kennst. Ich meine, sie hat ihn das erste Mal getroffen. Sie weiß nichts über ihn. Sie weiß nur, dass er ein dreckiger Bastard ist, der plötzlich sich König nennt. sagt, oh, da kommt so eine ganz böse, große Armee. Alle anderen Feinde sind egal. Tu dich jetzt direkt mit mir zusammen und wir bekämpfen die. Würdest du dem ein Wort glauben? Ja, doch. Also im Zuge dessen, dass diese Welt glaubhaft ist, kommt mir diese Grundskepsis gegen diese White Walker irgendwie so, ja, die ist halt Plot Device. Also meiner Meinung nach. Also ich finde es nicht. Ich finde es in der Welt noch nachvollziehbar, aber vielleicht auch aus dem Hintergrund des Buches heraus. Weil da wird es ja noch mal ein bisschen mehr ausgetreten, dass wir eigentlich in einer normalen, mittelalterlichen Welt leben und jetzt erst so langsam die Magie zurückkommt. Und man muss ja auch so langsam anfangen zu glauben, Drachen kann man vielleicht noch denken, weil Drachen wurden ja jetzt auch gesehen und sind Teil des Tierreiches. Aber Typen, die von den Toten wieder auferstehen und die einen ewigen Winter mit sich bringen. Also ich finde es nachvollziehbar. Wer von den Fasttoten wieder auferstanden ist, naja, er war ja wie gesagt auch nur Fasttot und hat es dann trotzdem überlebt. Ist also jetzt Jorah Mormont, der doch von Sambal Thali doch tatsächlich jetzt geheilt wurde von seiner Schuppenkrankheit. Und dann gibt es im Grunde genommen nochmal so einen halb böse gemeinten Einlauf vom Obermeister. Und ich sag mal, diese Bücher und diese Schriftrollen, die er ihnen dann ordnen lässt, was jetzt erstmal nach einer schlechten oder Bestrafarbeit aussieht, wird wahrscheinlich dann die finale Erhellung bringen, weil das bestimmt mit Absicht dort platzierte Schriftrollen sind, in denen er dann genau das Wissen sich aneignet, was er braucht. So wird es bestimmt geschrieben. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So wurde es in der Folge nicht rübergebracht. In der Folge wurde es eher wirklich wie eine Strafaufgabe rübergebracht. Ich hatte es eigentlich so verstanden. Hier, räum das mal auf. Sieht schlimm aus. Und während er die dann studiert, merkt er, wow, die sind ja wichtig. Deswegen sagt er ja, schreib sie alle ab. Ich glaube nicht, dass er ihm sinnlose Sachen zum Abschreiben gibt. Ich glaube, er gibt ihm genau das Richtige zum Abschreiben. Hatte ich mir erst auch gedacht, aber ich glaube, die Story von Sam ist nicht mehr so wichtig, dass er da was Besonderes findet. Werden wir sehen, weil in der nächsten Folge sehen, das ist ja auch die letzte, in der nächsten Folge haben wir ihn ja auch nicht mehr gesehen. Stimmt. Aber vorher sehen wir noch mal kurz, wie noch ein Stark in Winterfell eintrifft. So langsam ist der Familienclan wieder komplett. Ja, und ich greife jetzt ein bisschen vor auf die Folge 4 und dadurch, dass der Familienclan wieder komplett ist, ist meiner Meinung nach eine Figur wie Sansa jetzt komplett überflüssig. Deswegen würde ich mich darauf versteifen, she's gonna be the next kill. Das glaube ich nicht. Ich glaube, Sansa fühlt sich überflüssig, weil Bran kommt zurück, hat irgendwelche hellseherischen Fähigkeiten. Jon ist der König. Dann haben wir Arya, die wie bekloppt kämpfen kann und scheinbar zum Super-Assassin geworden ist. Und ich glaube, sie ist eher neidisch auf alle. Sie hat immer noch eine wichtige Rolle, meiner Meinung nach, die Strategin, weil sie kann besser und vielleicht noch kühler über alles nachdenken als Jon, weil sie auch durch Littlefinger einiges in Erfahrung mitbekommen hat. Und ich glaube, da wird ihre wertvolle Rolle hängen. Ich glaube, ihr Wert liegt einfach nur noch darin, verheiratet zu werden, möglichst zum guten Kurs. Das glaube ich nicht. Ich glaube, sie wird so ein bisschen die Patriarchin, die Matriarchin der Starks. Ja, vielleicht verbringen ja die Maester in Winterfell auch noch wahre Wunder und sie machen uns ihr noch aber es ist ein anderes Thema. Aber Bren kommt zurück und ist erst mal ein riesen Arschloch. Ja, ohne Scheiß. Danke, dass du es gesagt hast. Habe ich mir auch gedacht so, okay, du hättest auch mal einfach was Nettes sagen können. So, schön dich zu sehen oder sowas. Nein. Soll aber auch in diesem Fall wahrscheinlich darlegen, was wir in der nächsten Episode auch hören, dass der Bren, den wir kannten, eigentlich von den Ereignissen mit Hodor nie zurückgekommen ist. In dem Moment, wo der zum Three-Eyed Raven geworden ist und alles sehen kann, was er will, ist der alte Bren eigentlich weg gewesen und wir haben nur noch den Musterschüler eines Vulkaniers. Ja, sowas in der Art. Also das ist schon ein bisschen seltsam. Apropos Vulkanier jetzt ist ja im Grunde genommen auch Teile des neuen Discovery-Series schon ein bisschen vom Plot bekannt geworden. Echt? Ja. Okay, da habe ich noch nichts von mitbekommen. Es geht also im Grunde genommen so ein bisschen darum, die Grundstory, dass ja Spock jetzt eine Schwester hat. Genau, eine Halbschwester. Eine Halbschwester. Ja. Und da frage ich mich. Die nie wieder erwähnt wurde. Die nie wieder erwähnt wurde. Und da wird vorher noch großrumartig getönt. Ja, und ihr könnt euch sicher sein, wenn hier Drehbücher geschrieben werden, dann sitzen hier 20 Leute im Raum, die alle auf den Canon achten und sagen, hm, könnt ihr nicht machen, könnt ihr nicht machen, könnt ihr machen, könnt ihr nicht machen. Und dann geht sowas durch. Ernsthaft jetzt? Also es wird wirklich immer stranger. Ja, nicht zu viel Zeit darauf aufwenden, aber ich warte erst mal ab. Ich finde jetzt den Schritt, dass sie jetzt schon wieder eine Verbindung zu Spock raushauen oder zu irgendwem, den wir kennen, eigentlich eher falsch. Weil ich hätte mir viel Neues für die Serie gewünscht. Ja. Ob es am Ende funktioniert? Ich meine, uns wird ja dauernde Netzzeit in den Kommentaren vorgeworfen, dass wir zu negativ mit dieser Serie umgehen. Warten wir einfach mal ab. Ich fand es erst auch nicht gut, aber man soll den Tag auf eine reine Vulkaner-Serie hätte. Da hätte ich mal Bock drauf. Das würde ziemlich spaßlos werden. Meinst du? Ja. Also ich könnte mir vorstellen, Vulkania auf First Contact Mission, Missionstour, das könnte schon witzig werden. Also so, aber vielleicht trägt es halt einfach nicht genug. Aber wir schweifen mal wieder ab. Vielleicht einfach eine Ponfar-Serie. Ja, genau. Die kommt dann auf HBO und nicht auf CBS. Ja, aber wie gesagt, Bren ist ein Arschloch und ich glaube, hier wird Brens Tod vorbereitet. Ich kann mir vorstellen, dass zum Ende der Staffel er drauf geht und geopfert mir, damit die nicht mehr so einen riesen Vorteil gegenüber den White Walkern haben. Du meinst, weil er halt ein Waag ist oder wo ist der Vorteil? Weil er mittlerweile allsehend ist. Hm, okay. Letztendlich, du musst dir die Vorschau für Folge 5 ansehen. Da wird noch ein bisschen gezeigt, was von den Fähigkeiten, die er jetzt hat. Aber letztendlich, er kann die Vergangenheit, er kann die Zukunft und er kann die Gegenwart sehen. Oder ich weiß nicht, wie viel er von der Zukunft sehen kann. Wir haben mitbekommen, dass er ja scheinbar in der nächsten Folge ganz klar weiß, was Littlefinger alles vorhat. Und er ist ja wahrscheinlich neben Sansa der Einzige, der Littlefinger mittlerweile durchblicken kann. Aber hier haben wir eine allmächtige Waffe, die, wenn sie richtig eingesetzt wird, unglaubliches Wissen bringen kann und einen unglaublichen Vorteil. Und dieser Vorteil wird ausgemerzt. Entweder, indem er sich ganz auflöst und ganz zum Three-Eyed Raven wird und sich für gar nichts mehr interessiert, sodass er vielleicht nur noch halbtot in der Ecke rumliegt. Oder, was ich eher glaube, der wird geopfert werden. Aber du weißt ja, schon Onkel Yoda sagte, schwer zu sehen, die Zukunft ist in ständiger Bewegung. Und die ist, ja. Oder er macht einen Obi-Wan. Ja, und dann löst er sich halt auf. Genau. Also von daher, du siehst, die Parallelen sind gut geklaut, ist besser als schlecht selbst gemacht. Und jetzt bist du aber ein bisschen gesprungen, weil eins haben wir nämlich vorher auch noch. Wir haben nämlich zwei taktische Lannister finden. Wobei ich bei der einen gar nicht so sicher bin, ob die so clever ist. Nämlich zum einen überlassen sie Cersei, Daenerys relativ kampflos Casterly Rock. Da weiß ich nicht, ob man das so wirklich machen würde. Allein aus Imagegründen nicht. Aber okay, sei es drum. Und im Handstreich wird Highgarden genommen. Ja. Du musst jetzt aber beachten, dass eigentlich wissen, das wusste Tyrion noch nicht mal, Jaime und Cersei wissen beide, dass Casterly Rock eigentlich komplett wertlos geworden ist. Die Minen sind vor langer Zeit trockengelegt worden. Es gibt kein Gold mehr da. Die sind am anderen Ende des Kontinents, der jetzt nun wirklich keine große strategische, keinen strategischen Wert mehr hat, weil man muss immer noch den ganzen Kontinent überqueren, um zu den strategisch wichtigen Zielen zu kommen. Und die wollten ja beide sowieso auf ihren Vater scheißen, was Tyrion am Ende letztendlich gemacht hat. Aber Casterly Rock hat einfach gar keinen Wert. Die haben auch keine Möglichkeiten mehr, das groß zu verteidigen, weil die Armeen ja von den Ländern das schon vorher ziemlich dezimiert worden sind. Also war das aus deren Sicht her schon ein sehr cleverer Move, den Tyrion nicht nachvollziehen konnte. Deshalb ist es noch ein cleverer Move, weil er einfach lange nicht mehr in Westeros war. Ja, grundsätzlich, wie gesagt, die Fakten sprechen dafür. Ich weiß halt nicht, ob man das im Real Life aus Imagegründen machen würde, sein Headquarter aufgeben. Aber gut. Aber das sieht man allein doch an der Batszene mit Jaime und Cersei. Cersei ist jetzt mittlerweile das Image komplett egal. Das ist richtig. Ist der Ruf, ist ruiniert, genau, schläft sich's mit dem Bruder völlig ungeniert. und sie hat auch im wahrsten Sinne des Wortes jetzt die Hosen an, den Hut auf, lass dir irgendeine andere Plattitüde einfallen, die man benennen kann, wenn jemand im Lied ist, um es in der Werbeagentursprache zu sagen. Also von daher, ja, sie bestimmt jetzt, wo es lang geht. Und deshalb, diese beiden Kämpfe, Highgarden und Castle Rock, waren überhaupt nicht wichtig. Deshalb hat man auch nicht viel davon gesehen. Hat man so einen Ocean's Eleven-mäßigen Zusammenschnitt gesehen mit dem Tyrion als Aufsprecher und wo die Pläne dann nach hinten, die wohlgefertigten Pläne dann nach hinten losgehen. Letztendlich haben wir dann das Highlight dieser Episode neben dem Treffen von Jon und Dany, nämlich das glorreiche Ende der Queen of Thorns. Und das war wieder mal ein wunderbar gespielt von Emma Peel. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die werde ich jetzt doch schon ein bisschen vermissen in der Tat. Am Ende der Folge macht sie ihrem Namen nochmal alle Ehre, sticht ein letztes Mal zu und gibt Jamie eine sehr wichtige Information, die dazu führen könnte, dass er wieder sich mit seinem Bruder verträgt und letztendlich Cersei in den Rücken fallen wird. Was ich nochmal wiederhole, weil wir haben komplett vergessen, es gibt da ja noch so eine Prophezeiung. Vor ein paar Staffeln haben wir ja einen Rückblick auf Cerseys Kindheit gesehen, wo diese eine Wahrsagerin getroffen hat. Was jetzt in der Serie nicht so gesagt wurde, aber in den Büchern groß vorkommt, dass ihr kleiner Bruder sie am Ende, wenn sie alles verloren hat, erwürgen wird. Und in dem Fall, der kleine Bruder kann auch durchaus Jamie sein, der dann nach ihr auf die Welt gekommen ist. Aber welche Information meinst du jetzt genau? Also sie sagt ihm, sie hat Joffrey umgebracht, okay? Genau, richtig. Wo er die ganze Zeit davon ausgegangen ist, dass das am Ende vielleicht doch Tyrion war. Ach so meinst du das, okay, ja. Genau, weil Tyrion hat ja jedenfalls in den Büchern, in der Serie hat das nicht ganz so krass gemacht, ja schon stark mit seiner Familie gebrochen und vor allen Dingen auch mit Jamie. Und Jamie hatte ihm ja vertraut, als er ihn aus dem Gefängnis geholt hat, wo Tyrion das schön ausgenutzt hat, um seinen Vater zu ermorden. Und hat er wahrscheinlich danach dann doch schon geglaubt, dass Tyrion für den Tod auch von seinem Sohn verantwortlich ist. Hm, ja, gut. Ja, okay. Zumindest konnte er den Verdacht halt nicht hundertprozentig ausschließen. Genau. Und das kann gerade in der fünften Episode, die vor uns steht nächste Woche, glaube ich, zu einer Wiedervereinigung von Bruder und Bruder kommen. Ja, da könntest du recht haben. Und die Voraussetzungen sind dann natürlich durchaus andere, als wenn es immer noch unter dem Eindruck des Sohnmörders ist, aber er ist immer noch der Vatermörder. Das stimmt, aber Jamie war ja auch nie Fan des eigenen Vaters. War ja eigentlich keiner der Kinder von dem alten, ich habe schon wieder seinen Namen vergessen, Tywin Lannister. Genau. Ja, und damit endet die Episode mit ein bisschen Action, wo man sich gefragt hat, hätten wir noch ein bisschen mehr von sehen können, aber wenn wir die nächste Episode sehen, versteht man, warum sie es nicht gemacht haben und warum das an dieser Stelle einfach nicht wichtig war. So, damit sind wir dann im Grunde genommen für die Folge am Ende. Jetzt sag mal deine Schulnote für die Folge 3. Schwer zu sagen, als ich sie geguckt habe, habe ich sie besser bewertet, als nachdem ich die nächste Folge gesehen habe. Letztendlich glaube ich, ich würde ihr eine gute 8 geben. Schulnoten. Achso, eine Schulnote, ach, macht doch nicht so kompliziert. Schulnote, eine 2, eine 2, eine glatte 2. Eine glatte 2, okay, ich gebe ihr eine 2 bis 3, weil ich hätte es ein bisschen anders gelöst vom Aufbau her und es war dann doch eine Folge, die einfach, also es war eine Folge, die von einigen Informationen her nötig war. Ob es dafür eine Folge gebraucht hätte, weiß ich nicht, aber im Grunde genommen war es schon okay und von daher alles gut. So, also in diesem Sinne machtet Jort, bis dann, bis nächste Woche, dann hört ihr dann das Review zur Folge. Nee, Spaß, wir haben ja gesagt, wir machen heute eine Doppelfolge und von daher alle, die jetzt geskippt haben, weil sie sich die Folge oder das Review zur Folge 3 nicht anhören wollten, weil was interessiert mich die Folge von letzte Woche, dann herzlich willkommen, hallo, zurück zu Game of Nerds Folge 4 beziehungsweise Folge 3, 4, denn wir besprechen jetzt die Folge 4 von Game of Nerds und die geht auch gleich schon mal los. Aber bevor, bevor du anfängst, bevor du anfängst, ähm, ich hab mir das Ding ja schon teilweise in dem Leak reingezogen, weil ich einfach da mal reingucken wollte, ähm, ich hab sie heute ganz offiziell dann nochmal mit, äh, Freunden und Co gesehen auf dem fetten Fernseher in schön alles laut und breit und ich war hin und weg, wie ich dir damals jetzt geschrieben hab, holy shit, wo du geschrieben hast, ruhig, ähm, sag mir, wie dein Eindruck, dein erster Eindruck, was, was hast du nach dieser Folge direkt gedacht? Dass ich mich inzwischen gar nicht mehr entscheiden kann, für wen ich eigentlich bin. Innerhalb der Schlacht und ich glaube, das wird auch jetzt durchaus noch ein paar Mal so sein, geht also wirklich, ähm, das eigene, für wen bin ich jetzt, für welche Seite fieber ich jetzt mit, wirklich, äh, hin und her. Das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen mehr Charakter gebunden, ja, ich glaube, man wird schwer nicht noch Sympathien für Sassay entwickeln, aber deswegen verdammt man nicht die komplette Fraktion. Ja, vor allen Dingen, weil ja so jemand wie Bronn auch, äh, mal stark auf Tyrions Seite war. Richtig, und, äh, in dem Moment hat es auch natürlich sehr stark mit dem Charakter Bronn zu tun gehabt, aber auch, äh, ich sag mal, Jaime möchte man jetzt im Grunde genommen jetzt auch nur eine Weile sehen. Also von daher, aber wir greifen schon vor ans Ende der Folge und vielleicht steigen wir doch mal vorne ein, denn wir sehen, wie sich nämlich das Ganze aufbaut, indem nämlich die Lannisters erst mal ihre Reichtümer aus Highgarden wegschaffen, ihre neu erworbenen. Ja, und womit sie, was wir in der letzten Folge gar nicht gesagt haben, schön mal die Iron Bank komplett abbezahlen können, so, ich weiß gar nicht, ob eine Bank das heutzutage bei so einem großen Kredit macht, dass die das in eins wieder nimmt. Ja, keine Bank mehr, oder? Ja, da werden dann, also im Immobilienwesen werden dann sogenannte Vorfälligkeitszinsen fällig und die sind so hoch, dass das eigentlich keiner freiwillig machen würde. Okay. Ja, ähm, aber du hast recht, also die Schulden werden zurückgezahlt und zwar, das ist der Sohn von, äh, dem Broadband-Typen, oder? Der sieht ja genauso aus wie er nur in 10 Jahre jünger oder 20 Jahre jünger. Nee, das ist der Sohn von, äh, dem Tali, meine ich. War das nicht der Sohn von dem Tali? Ich meine jetzt von dem Schauspieler, der sieht so aus wie der, wie der John Broadband. Keine Ahnung, keine Ahnung, habe ich nicht nachgeschaut, müssen wir mal gucken. Nein, das war jetzt auch nicht ernst gemeint, aber er sieht so aus, der guckt genauso. Achso, der Dickon, ja. Ja. Könnte sein, ne? Oder ich kenne ihn aus irgendeiner Rom-Com mit Hugh Grant oder so, keine Ahnung. Zumindest wäre das so ein Charakter, der mitspielt oder aus Kingsman oder so irgendwas, ja. Aber hier am Anfang dieser Folge haben wir auch etwas, was man eigentlich schon seit einiger Zeit schmerzvoll vermisst hat. Und zwar, wir haben ihn in der letzten Folge nur ganz kurz gesehen und jetzt bestimmt seit 5, 6 Episoden nicht mehr richtig, Bron. Mhm. Das stimmt. Die, die Bromance zwischen Bron und Jamie, die immer noch super funktioniert. Mhm. Das stimmt und nicht umsonst einer der beliebtesten oder beliebteren Charakter. Ja. deswegen, ich sag ja, mit ihm fiebert man durchaus mit und er hat, also er hat zum Beispiel so gefühlt verdient, heil aus der Sache rauszukommen. Mhm. Hat er ja eigentlich nicht. Er hat sich ja eigentlich immer auf die beste Seite geschlagen. aber ihm gönnt es im Grunde genommen. Ja, letztendlich, er ist ein sympathischer, er ist ein sympathischer Typ. Genau. Der kommt mit allem davon. Ja, und da hättest du auch so gesagt, ja klar, nimm dir doch Highgarden, da ist gerade eine Burg frei geworden. Und eigentlich wäre es ja auch nicht so dramatisch gewesen, aus strategischer Sicht, wenn Bronn sich da hingesetzt hätte. Gut, aber mit wem wir das verteidigen, also von daher, ja. Und die Burg scheint ja nicht gerade schwierig einzunehmen zu sein, denn die Armee der Lennens, das war jetzt auch nicht übermäßig, die da also vor der Burg aufgetaucht ist. Aber wie die Queen of Thorns auch gesagt hat, die Tyrells sind nicht bekannt dafür, dass sie gut kämpfen. Aber sie scheinen eine Menge Kohle gehabt zu haben. Ja. Und deshalb ist es interessant zu sehen, dass die so lange darauf gewartet haben, eigentlich hätte sich schon längst Tywin Lannister das Highgarden einmal schnappen sollen, um an das Gold ranzukommen, aber er wollte wahrscheinlich nur die ganze Zeit das Gesicht wahren. Mhm. Das stimmt. Dann erzähl mir doch mal ein bisschen was, das weißt du bestimmt, über die Hintergründe, die es mit dem Dolch, Bran und Littlefinger auf sich hat. Okay. Letztendlich gehen wir hier wirklich zur Staffel 1 wieder zurück. Wie so oft in dieser Staffel haben wir den direkten Bezug zur ersten Staffel und dieser Dolch wurde von dem Typen, von dem Cupthroat eingesetzt, um, ja, Bran zu töten. Er war nie erfolgreich, aber das hat ja die Starks dazu motiviert, das hat der Catelyn Stark dazu motiviert, versteckt nach King's Landing zu reisen und Ned davon zu unterweisen, dass jemand versucht hat, den Sohn zu töten und letztendlich hat das Rob dazu motiviert, den ganzen Krieg anzufangen, neben der Tatsache, dass natürlich Ned getötet wurde. Aber letztendlich ist dieser, dieser Dolch so ein bisschen das, was das Fass damals zum Überlaufen gebracht hat. Und das ist der Dolch, der aus dem Mordanschlag stammt, der ihn dann zum Querschnittsgelähmten gemacht hat? Ähm, nein. Nein? Wenn du dich erinnerst, am Ende der ersten Folge wurde... Ach, er fällt ja runter, genau, ja, ja, siehste, genau, ja, eben, siehste, genau, er fällt ja runter, mein Gott, da werden sich jetzt wieder, pass auf, da werden jetzt wieder Horden von Hörern, werden jetzt wieder Zuschriften senden und mit Augen, ich höre die rollenden Augen jetzt schon, ja, an den Kopfhörern Empfangsgeräten da draußen in der Republik, aber gut, sei's drum, es ist sieben Jahre her, sechs. Ha. Und letztendlich, was dieser Dolch... Ich inhaliere sowas nicht. Ja, musst du ja auch nicht, aber du hast die Bücher gelesen und die Serie gesehen, du hast die erste Staffel bestimmt schon mehrmals gesehen, oder? Nein, nein, ich habe wirklich jede Staffel nur einmal gesehen. Ach, echt, in der Tat? Ja. Gut. Deswegen, für mich müsste es noch mal so, manchmal noch mal so ein Recap geben, so, wer war das jetzt noch mal und was will der jetzt noch mal? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz verstanden. Aber ist gut, ich komme ja mit, aber ich dachte mir schon, dass das mit dem Dolch irgendeine Bewandtnis hat, aber ist ja gut, aber das würde ich haben. Und wir haben auch nie erfahren, nie wirklich erfahren, wem der Dolch gehört hat. Irgendwer hat mal gesagt, erst wurde beschuldigt, dass der... Der gehörte doch Tyrion, oder? Dass der... Erst wurde Tyrion beschuldigt, genau, dass dem der gehört. Dann hat Tyrion gesagt, er hätte den von Littlefinger bei irgendeiner Wette gewonnen. Also auf jeden Fall wurden die Besitzverhältnisse davon nie ganz geklärt und deshalb ist das ein Mysterium, was seit der ersten Staffel eigentlich aufrecht oder nie geklärt worden ist und was diese ganzen Szenen in der Folge ja andeuten, dass das irgendwie definitiv von Littlefinger ursprünglich kommt. Ja, wir hatten glaube ich in der vorletzten Folge drüber gesprochen, was eigentlich aus Littlefinger... Weißt du, der Schawenzel die ganze Zeit im Hintergrund so rum, hat wenig Screentime, sagt dann immer so viel sagen, nicht sagen Dinge. Ich bin wirklich mal gespannt, was aus dem noch rauskommt. Du hast ihn ja schon ein bisschen abgeschrieben. Ich habe ihn abgeschrieben. Ich glaube, er macht noch einen großen Move, jedenfalls versucht er noch einen großen Move zu machen und das wird nach hinten losgehen und das wird das Ende von Littlefinger sein. Das glaube ich persönlich. Aber letztendlich, das haben wir... Oder könnte noch irgendeine Sauerei rauskommen, irgendeine alte. Könnte irgendeine Sauerei bei rauskommen. Vielleicht geht ja wegen ihm Bran am Ende drauf. Ja, aber hat er irgendwelche Leichen, also er hat eine Menge Leichen im Keller, aber irgendeine, die jetzt, wenn sie rauskäme, ihn jetzt irgendwie... Ja, also ganz einfach, den Dolch, der Dolch, wenn er für den Dolch verantwortlich ist, dann ist das... Gut, okay, aber den hat er jetzt ja gerade selber aus dem Hut gezaubert und gesagt, den schenke ich dir jetzt. Ja, aber das ist ja Littlefinger, der hat das ja ganz anders gesehen, der hat ja gedacht, er übergibt den Bran als symbolische Geste, um so ein bisschen Freund von ihm zu werden, um ihn so ein bisschen zu umgarnen, aber kapiert nicht, dass Bran seine allsehenden Fähigkeiten hat und schon längst durchschaut hat, was der davor hat. Also ist er, er schmeißt sich so ein bisschen selbst in die Grube rein. Das könnte natürlich sein. Da könntest du natürlich recht haben. Ja, also ich bin geneigt, dir zu folgen, ich werfe dagegen ein, dafür wird dieses Feature zu wenig thematisiert. Echt? Aber das wird doch groß in dieser Folge da reingebracht. Wir haben Littlefinger, der in einer großen Geste den Dolch übergibt. Nein, nein, nein. Ja, okay, sag mal deinen Satz zu Ende und dann sage ich dir, was ich meine. Der übergibt den Dolch in einer großen Geste. Der Dolch kommt immer mal wieder vor, wird dann zu Arya weitergegeben, weil Bran schon weiß es, was mit dem Dolch auf sich hat. Also, ähm, ich glaube, Bran denkt, dass Littlefinger vielleicht noch ein bisschen oder völlig, völlig irrelevant ist und ihn deshalb nicht direkt anzeigt. Ja, okay, was ich meine mit mit ein bisschen wenig Prämborium drumrum gemacht, ist, dass er halt irgendwie mehr mit verdrehten Augen dasitzen sollte oder irgendwie so ein Kram. Weißt du? Mehr so als meditativer Guru. Also, da sollte halt dieser in Zukunftsguck-Aspekt irgendwie auch optisch umgesetzt werden und nicht einfach nur ich weiß es jetzt, weil ich es weiß. Er sieht halt, er sieht halt die ganze Zeit sehr gelangweilt aus. Erstens das und der ist auch, glaube ich, der Einzel, also der ist wirklich der Schauspieler neben Macy Williams, aber die ist halt wenigstens nicht gewachsen, ja. der halt wirklich einfach so einen Schuss gemacht hat, ja, und sich auch so komplett verändert hat von der Optik her, ja, dass du eigentlich fast gar nicht mehr glaubst, dass das der gleiche Junge vom letzten Mal war. Und in dem Fall fand ich ja das Meme so schön, dass du gepostet hast von den ganzen kleinen Game of Thrones Kinderdarstellern, damals noch vor sechs, sieben Jahren, die eigentlich aussahen, als würden sie auf irgendeiner Con stehen, um jetzt für Game of Thrones Autogramme anzustehen. So wie du das machst. Ich stelle mich nicht für Autogramme an, ich spreche direkt mit den Leuten. Über das Autogrammstadion bist du natürlich schon hinaus. Mhm. Dafür labere ich ja jetzt hier auch. Dafür machen wir die ganze Scheiße. Dafür machen wir die ganze Scheiße hier. Genau. Ihr seid mir doch alle scheißegal, ich will Game of Thrones Leute treffen. Genau, das ist der einzige Grund, weil du jetzt irgendwann mal bei ihnen, Beatty zum Tee eingeladen wirst demnächst. Genau. Ich meine, im September auf der Fantastica siehst du ihn dann schon zum dritten Mal. Demnächst könnt ihr ja wirklich euch schon mal zum Date verabreden. Ja, ich frage ihn auch nächstes Mal, wie es seinen Kindern geht. Und wir haben ja auf der Medieval Con sind ja auch wieder ein paar. Also von daher, wir kriegen den ganzen Cast schon durch. Wir kriegen noch den ganzen Cast durch. Ich bin da wirklich. Wir haben noch ein ganzes Jahr Zeit. Wir haben noch ein ganzes Jahr Zeit. und ich meine auch die Hauptdarsteller würden irgendwann mal, wenn die Serie dann mal fünf, sechs, zehn Jahre durch ist, abgehalftert sein und trotzdem auf Konz rumlungern. Und spätestens dann kriegen wir die auch. Ja. Gut, aber jetzt sind wir erstmal bei der Stark'schen Familiensitzung vor dem Wehrholzbaum. Da wird dann im Grunde genommen nochmal über den Dolch, ja, das scheint so das neue McGuffin zu werden, wobei ich glaube, der verschwindet jetzt wieder in der Versenkung. Das war irgendwie so ein, ja, ist halt valyrischer Stahl, ja, ist halt, aber was willst mit dem blöden Dolch? Ja, aber was willst mit dem blöden valyrischer Stahl? White Walker? Ja, aber mit so blöden Dolch kannst du nichts anfangen. Da hast du 500 Schwerter davon, rüstest alle aus, oder? Aria, Aria hat auch gezeigt, wie verdammt gut sie kämpfen kann, wie verdammt gut sie auch sich bewegen kann. Also ist das eigentlich doch die perfekte Waffe für ihn. Ist das nicht bei Assassin's Creed auch so, dass der Typ nur einen Dolch hat oder zwei Dolche? Ja, am Ende des Spiels hast du schon ein bisschen mehr. Aber du fängst immer mit deinen Klingen an, die hast du immer. Ja. Die Klingen hast du immer. Ja, wir sind jetzt auch wieder gesprungen, vorher kommt nämlich Aria jetzt in Winterfell erstmal an. Richtig, sie kommt Winterfell an, ja, kleiner Comedy-Richt. In einer völlig eigentlich unnötigen Szene, die klischeehafter nicht hätte sein können. Ja. Ja, fand ich auch irgendwie so, ja, okay, haha, lustig, lustig, ja. Ich meine, das wäre eine Szene gewesen, die noch eine gewisse Spannung gehabt hätte, wenn das bei den Bortons gewesen wäre. Weil dann hättest du im Grunde genommen nochmal so einen Zwischenschnitt machen können, irgendwann später mit der Folge, wo die zwei Wachen halt gehäutet und gekreuzigt dann irgendwo in der Ecke stehen, ja. Aber in einer eh schon sehr kurzen Folge, die ist ja auch irgendwie nur 49 Minuten lang oder sowas, war das eigentlich nicht nötig. Ein kleiner Comic-Relief, aber dafür hätte man auch eine Sum-Szene reinpacken können. Ja, das stimmt. Also auf jeden Fall, es gibt ein Familientreffen bei den Starks, wo man sich dann, was heißt denn eigentlich von dem blöden Rollstuhl, den finde ich ja komplett albern. Der Rollstuhl ist in der Tat was, was glaube ich schon in den Büchern vorgekommen ist. Hat man im Mittelalter schon Rollstühle gehabt? Ich meine, man hat Wagenräder, wieso soll man keine Rollstühle machen? Ja, weiß ich nicht. Also liebe Historik-Studenten da draußen und die, die ihr euch im Mittelalter auskennt, gab es schon Rollstühle im Mittelalter? Schreibt es in die Kommentare, würde uns mal interessieren. Außerdem ist das ja ein reiches Kind. Also ich glaube schon, dass sie in der Art und Weise schon irgendwas da hat. Es geht nicht um das, es geht nicht, es geht um die Erfindung an sich und nicht um das leisten können. Ja, wann glaubst du denn, wann wird das Rad erfunden? Es geht doch nicht darum, ob einer das Rad erfunden hat, es geht darum, ob irgendjemand schon den Rollstuhl erfunden hatte. Okay, schauen wir mal Ancient Rollstuhl. Keine Ahnung. Let me google that for you. Gibt bestimmt irgendwelche Steampunk-Sachen oder sowas. Ja, du solltest eigentlich eher mal googeln, Erfindung des Rollstuhls. Gucken wir mal Rollstuhl-Wiki. Also, der Rollstuhl. Der Rollstuhl, bla bla bla, bla bla bla, Geschichte, 1420, 1430 gab es die ersten Rollstühle. Ja. Okay. König Philipp, der Zweite von Spanien, hatte 1595 offenbar einen Rollstuhl mit verstellbaren Rücken und Fußstützen. Mhm. von daher. Also, da soll keiner sagen, dass dieser Podcast keinem Bildungsauftrag nachkommt. Mhm. Aber sowas von. Ich meine, dann kannst du jetzt auch, wenn du eh schon dabei bist, dann kannst du auch noch was über die ersten Höhlenzeichnungen in Frankreich rausfinden. Aber das machst du ein andermal. Denn Höhlenzeichnungen... Höhlenzeichnungen können ja wirklich alt sein. Ja, die können wirklich alt sein. Und die, die wir hier sehen, die sind in Game of Thrones, äh, Standards wie alt? Ähm, wenn, ich, lass mal überlegen. Die Targaryens waren 300 oder 400 Jahre da. Es sind bestimmt, ich glaub von der Zeitlinie sind's bestimmt ein paar tausend Jahre, die, äh, dies her ist. Okay. Also. Und ein paar tausend Jahre ist eigentlich kein Problem, weil, ähm, in Australien haben wir die Höhlenzeichnungen gesehen, die waren, glaub ich, mindestens 2000, ja, ich bin mir nicht... Nein, viel älter. Nein, es gibt in Frankreich, welche sind, glaub ich, wenn ich mich rechne, sind es 20.000 Jahre alt oder so. 20.000, okay. 2000 Jahre wäre ja Römerzeit, das ist ja kein Alter. Ja, naja, ich glaub, dann wär ich auch eher bei 10.000 Jahren gewesen, klar. Aber letztendlich, das ist kein Problem und diese 10.000 Jahre haben wir in Westeros mindestens hinter uns, äh, wo die, ich muss mal eine Zeitlinie raussuchen, aber 10.000, 20.000 Jahre haben wir schon mindestens, ähm, bevor die First Man in Westeros angekommen sind. Also, die älteste Höhlenmalerei ist circa 40.000 Jahre alt. Ja. Ob sie dann auch noch so gut erhalten ist wie die hier? Ja, ist in der spanischen El Castillo-Höhle. Ja, kannst du mal sehen. CC. ja, 40.000 Jahre, das kriegen wir nicht mehr hin, so viele Podcasts können wir nie machen. Aber wir erfahren, aber hier gibt's ein paar Funken, hier gibt's ein paar Funken in dieser, äh, jedenfalls versuchen sie ein paar Funken zwischen den Schauspielern herzustellen in diesen Szenen. Da, da knistert's zwischen, ähm, Tante und Neffe. Also, um ehrlich zu sein, knistert die Fackel mehr als die Chemie zwischen den Schauspielern. Ich sag ja, sie versuchen es. Ja, nee, ich guck mir das ja, ich guck mir ja jede Folge parallel an, wenn wir hier sprechen und jetzt seh ich sie gerade, wie sie da so von einer Seite beleuchtet im Fackelschein stehen und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, jetzt macht's den Schritt auf ihn zu und guckt so ein bisschen, hat so einen Schlafzimmerblick drauf, aber die hat halt immer einen Schlafzimmerblick drauf, das ist halt nichts Neues. Und, ähm, ich könnte auch sagen, sie guckt halt ein bisschen leidend. Und ich mein, Daria und Harris hat sie jetzt dann auch schon vergessen, irgendwie, Er ist ja auch am anderen Ende der Welt. Ja, also. Und mit dem kann sich auch nicht zusammenkommen, weil es kein König ist. eben. Also, für mich knistert da nix, trotzdem, also, immer so, weißt du, ich fände das aber auch völlig in Ordnung, wenn die dann entscheiden, wir machen hier eine Zwecke, das würde in die Welt passen, das hat man halt so gemacht, das macht man so und, ähm, so ganz scheppig sehen sie jetzt ja auch nicht aus, also von daher, ja. Ich glaube, also der große, der große Punkt, der ja bei den Lannisters gemacht wurde, dass dieser Inzest zwischen Cersei und Jaime einfach nicht gut ist. Also, das hat die Serie ja immer schon wieder angedeutet oder versucht rüberzubringen, Inzest ist nicht gut, auch wenn die Targaryens in den Büchern ist es noch stärker, dass die Targaryens eigentlich alle aus Inzest entstanden sind. Ähm, ich glaube, sie machen so ein typisches, das ist auch leider sehr klischeehaft, die werden erst romantisch und dann finden sie raus, oh mein Gott, ich bin deine Tante, sowas können wir nie wieder machen, wir schämen uns alle zu Tode. Ja, mei, da weiß ich noch nicht so ganz, was, was da so bei rauskommt, muss man. Ja, ich glaube, es wird nicht so dermaßen im Vordergrund stehen, vielleicht loten sie es ein klein bisschen noch aus, aber es wird ja in dieser Episode zumindestens versucht, irgendwie schon so ein, so ein kleiner Rom-Com da rauszumachen. Ja, so ein bisschen, ich meine, was ganz, was wirklich brauchbar ist, ist im Grunde genommen ja der Rat, von Jon an Daenerys jetzt nicht mit den Drachen loszuziehen und King's Landing einzuäschern, dann wäre sie auch nicht besser als Alana. Vor allen Dingen hat das Tyrion auch schon vorher gesagt, das hat ein paar Episoden vorher Tyrion schon gesagt. Ja, also von daher, ja, muss man mal gucken. Wo man so ganz guckt hier, interessant, kleines Detail am Rande, hast du dir echt diese Brosche mal näher angeguckt, die sie hat? Die Drachenbrosche. Mit den drei Köpfen, auf jeden Fall bin ich mal gespannt, welche Cosplayer sich dieser Brosche antun, weil die ist glaube ich nicht ganz so trivial herzustellen. Ja, aber ehrlich gesagt, wenn man sie sich so anschaut, ich finde es ein etwas übertriebenes Ding, also das reißt so ein bisschen aus der Schlichtheit des Kostüms raus, was wahrscheinlich der Sinn des Ganzen ist, so einen Kontrast herzustellen, aber ich glaube, ich bin nicht so ein großer Fan von dieser Brosche. Kontrast ist auch ein gutes Stichwort, denn wir kommen jetzt zu einer ja Szene, die ganz nett ist, aber trotzdem uns jetzt auch nicht so dramatisch weiterbringt, weil es ja eigentlich klar war und zwar zeigt jetzt noch mal Macy Williams Aria ihre Assassinen-Skills, diesmal auch vor den Augen von Littlefinger und Sansa, in dem sich nämlich mit Brienne von Tart ein Trainingsgefecht liefert, was trotzdem, so muss man sagen, unentschieden ausgeht. Ja, ich glaube, im richtigen Kampf hätte Brienne durchaus gewonnen, allein wegen der Körperstärke, die die hat und der puren Erfahrung, die dahinter ist, aber Aria schlägt sich nicht schlecht dafür, dass die zwei Jahre in der Ausbildung da hinten war. Trotzdem glaube ich, die ganze Szene dient einfach nur dazu, die Frage, wer hat dir das beigebracht, unterzubringen und die Antwort, no one. Ja, ich glaube, das war schon ein bisschen, bisschen, ja. Es soll zeigen, wie sehr sich Aria weiterentwickelt hat, dass sie einfach keine Herrscherin oder irgendwas anderes ist, dass sie wirklich eine Kämpferin ist und das wird meiner Meinung nach noch irgendwie in nächster Zeit eine Rolle spielen. Ihre Assassinen-Fähigkeiten werden, glaube ich, nicht ganz unter den Tisch fallen. Ne, definitiv nicht, sonst hätte man sich den ganzen Spöckes davor ersparen können. Wie alt ist die Schauspielerin eigentlich? 16, 17? Ne, die ist jetzt auch schon, die hat, glaube ich, mit 11 angefangen. Maison Williams, schauen wir doch direkt mal, 20. 20, okay. Ja. Gut, also sie wächst nicht mehr. Sie wächst nicht mehr und sie sieht aus wie ich mit 20, also noch wie 14. Da hattest du noch Haare? Da hattest du noch Haare, ja. Echt? Ja, das war noch schön. Sie ist so Spaßgeld. Ich habe jetzt wieder 26 Euro. Meine Friseurin, hallo Sophia, ist eine Leafmacher, kann das auch wirklich gut, aber jetzt ist die Meisterin, jetzt nimmt die gleich mal 10 Euro mehr. Ja, aber 25 Euro bezahle ich auch immer beim Friseur und ich finde es gar nicht so gut. Achso, dann kannst du auch zu meinem gehen, der kostet 29 und kriegst einen Meisterhaarschnitt. Aber hallo. Ne, ne, ich bin bei der Michaela aus Krefeld, die die Familienfriseurin von der Familie von meiner Frau ist und die macht super, weil die wird von allen, die bisher da waren, auch von unseren ganzen Freunden, die da hingehen, die bezeichnen sie eben als Wunderfriseurin. Die hat einen kleinen, eigenen Friseursalon, eine Frau, Friseursalon hinter einem Wäschegeschäft in Krefeld. Jetzt komm, jetzt sag den Namen, jetzt haben wir eh schon angefangen. Komm, diese Sendung wird Ihnen gesponsert von Friseur Michaela Spies heißt sie, glaube ich. Aus Krefeld. Aus Krefeld. Die Wunderfriseurin. Also, bitte. Kommt man aber nicht zwischen, weil die sowieso die ganze Zeit immer ausgebucht ist. Das macht, ja, wahrscheinlich ist sie es nicht, aber sie erzählt es jedem und das ist immer gut. Genauso wie Restaurants, die sollten auch immer voll sein. Haben sie morgen einen Tisch frei? Oh, da muss ich erst mal gucken. In dem Sinne sage ich nur, also ein guter Haarschnitt, 25 Euro ist völlig in Ordnung. Das stimmt, aber du hast ja keine Haare. Also, was nimmt sie denn von mir? Witzig? Boah, Junge, ich habe keine Ahnung, warum du da auch so rumhackst. Ich habe noch jede Menge Haare. Ja, ist ja gut. Ich habe hinten noch nicht mal einen Kranz wie andere. Ich habe ja im Rücken mehr Haare als du. Nee, Spaß. Nee, ist ein Spaß. Wenn ich mal wenig Haare habe, dann habe ich mir gesagt, dann rasiere ich mir die komplett ab. Ja, das will ich auch hoffen. Alles andere, gucke ja gerne Royale Hochzeiten. Und als ich dann hier Kate Middletown und hier, wer hat die jetzt gerade? William. Ja, genau. Da hast du ja von oben so voll seine Platte gesehen im Fernsehen. Und ich habe mir nur so gedacht, so mein Gott, hat dem keiner das vorher gesagt, dass das scheiße aussieht, rasiert ab. Ja, egal. Wir schweifen ab, können wir ja auch gut. Wir waren also bei dieser etwas überflüssigen Szene und jetzt wissen wir halt, Arya ist eine gute Kämpferin, Brian Fontat ist eine gute Kämpferin. Ich fand es nicht überflüssig, ich fand es gut, dass sie Brienne wieder getroffen hat, weil die haben sich vor ein paar Staffeln auch schon gefunden, die haben also ein kleines Get-Together gehabt, sie zeigt ihre Fähigkeiten, Brienne zeigt, dass es noch drauf hat, Littlefinger ist angepisst und Sansa sieht, dass sie eigentlich, außer das Regieren, nichts an Fähigkeiten dazu bekommen hat in den letzten Staffeln. Ja, das haben wir ja gerade in der Halbfolge davor schon gesagt, langsam werden einige Charakter überflüssig und Sansa gehört definitiv dazu. Also von, also meiner Meinung nach gehört sie definitiv dazu. Wir sind wieder in Dragonstone, nachdem wir also jetzt das Knistern der Fackel unter dem, unter der Höhle gehört haben, sehen wir nun, wie ein einzelnes Greyjoy-Schiff ankommt, mit einem verträumten Theon an Bord. Der sich aber ganz schön gut wieder erholt hat. Der sich ganz gut wieder erholt hat, das dachte ich mir auch. Und, wo ich mir so gedacht habe, alle kommen so zu Daenerys und wollen irgendwas. Ja. Keiner sagt mal, ich helfe dir oder so, sondern jeder sagt, du musst mir erst helfen und dann helfe ich dir vielleicht auch. Naja, sie haben es ja am Anfang versucht, nur wurden sie dann alle ganz schnell niedergemetzelt. Mhm. Aber diese, diese Szene sehe ich eher als fast überflüssig an, weil diese Szene ist wirklich nur eine Übergangsszene, die sagen soll, okay, ich will Daenerys sehen. Daenerys ist nicht mehr hier. Mhm. Ja. Ach ja, und sagt uns, dass natürlich Davos Sea-Verse auch gerne die Seiten wechseln würde und sich seine Königin selber auszusuchen würde. Ja, gut, okay, aber ja, ich weiß halt nicht, ob man diesen Sätzen immer so viel Bedeutung beimessen sollte. Ja, klar, also das war wirklich, das ist wirklich nur ein Scherz gewesen. Aber letztendlich, diese ganze Szene soll nur etablieren. Wir denken, wir sind nur ein paar Minuten später als das letzte Mal da, aber dabei ist Daenerys schon längst weg und wird jetzt wirklich zum Drachen. Richtig, sie wird zum Drachen und sie hat sich auch schon die Dothraki geholt, die ja eigentlich zehn Minuten vorher in der Folge noch am anderen Ende der Welt waren. Das heißt, auch da sind wieder ratzefatze ein paar Wochen vergangen. Deshalb sage ich ja, das muss schon einiges an Zeit vergangen sein, das wird so ein bisschen mit unseren Erwartungen gespielt und jetzt sehen wir das erste Mal in dieser Serie so richtig, wie die Dothraki kämpfen. Also vorher haben wir es immer so angedeutet bekommen und die haben so ein bisschen immer nur das gezeigt, was danach war. Aber jetzt kriegen wir full blown Dothraki-Modus. Oder wie ich sage, ich sehe, man nennen die Klingonen von Westeros oder von Essos. Das stimmt. Aber die Klingonen können nicht so gut reiten. Ja, das stimmt, aber die haben ja auch schon Stell dir mal so einen Worf auf so einem Pferd stehend vor. Ja, das haben die Klingonen vor tausend Jahren auch gemacht. Meinst du? Sehen wir vielleicht in Discovery. Oh Gott. Ohne Scheiß, um nochmal abzuschweifen, ich finde dieses Klingonen-Design von vorne bis hinten beschissen. Von vorne bis hinten beschissen. Also erstmal so, dadurch, dass die jetzt diese anderen Klamotten haben, ja, und dadurch, dass die jetzt auch keine Haare mehr haben, weder Bärte noch lange Haare, ist diese Art von Alien-Design, das ist so das 0815 Evil Alien-Design. Das, der sieht aus, der sieht aus, Buffy-Monster-Design. Ja, genau, der sieht aus, wie der jetzt bei Star Trek Beyond, ja, ähm, der sieht, und vor Star Trek Beyond sahen die, die Rehmaner mehr oder weniger genauso aus, ja, also klar, ein bisschen hier und da anders, aber im Grunde genommen ist es so dieses 0815 Evil-Dings und ich, ich meine, die, die, die Tos-Klingonen hatten halt aus Budgetgründen nur dieses Outfit, ja, und dann hat man es später im Grunde genommen geändert, hat sich halt dann noch eine alberne Erklärung einfallen lassen oder auch nicht, ist ja egal. ähm, ich, warum, also ich meine, die Klingonen sind eingeführt, so wie sie sind und sie sind super, jeder mag sie, dann kann ich ja die, die Klamotten ein bisschen updaten, etc., oder mal die Frisuren, aber so, ich, ich fasse sie doch nicht grundsätzlich an und vor allem macht er noch angeblich ja eine Plottgeschichte draus, das ist ja komplett albern. Ich, ich glaube, den Klingonen, den wir bisher gesehen haben, das ist irgendwie der Obermotz, das ist immer der gleiche. Das sind nicht mehrere und ähnlich wie, ähm, äh, hier den Obermotz in, ach nee, das war ja ein Romulaner. Ja, eben. Dem ersten Star Trek. Genau. Äh, aber, aber letztendlich, das ist einer der Bosse von den Klingonen und ich hoffe ja, dass wir trotzdem noch andere Klingonen sehen, die immer noch ihre schöne Haarpracht haben. Ich glaube nicht, also ich, also ich befürchte es nicht. Also ich weiß es natürlich nicht, aber ich, ich befürchte, die sehen jetzt alle so aus und damit, dann sollen sie wenigstens sagen, wir sind Calvin Timeline und ziehen das dann da so durch. Okay. Obwohl hat das nicht, hat das nicht, vielleicht, das ist ja militärische Gründe. Wir haben ja immer noch das Imperium, was, äh, noch im Zenit seiner Macht steht und vielleicht sind die Krieger einfach, ähm, kahlrasiert. Hm. Ja, irgendwie, aber dann, also ich versuch's nur zu erklären. Die haben ja aber auch komische Hautfarben da nicht. Ich meine, Klingonen sind in der Regel dunkelhäutig. Das ist aber das Licht in der Szene. Ist das das Licht? Ja, naja gut. Da musst du ein paar verschiedene Bilder sehen, da sieht man schon, wie die Hauttöne unterschiedlich sind. Das ist immer die Beleuchtung, das ist dieses, äh, das ist die Bilder, Bildatmosphäre, die in, ähm, Discovery geschaffen wird. Na dann. Aber wir, 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 wir schweifen ganz ab, lass uns zu den Klingonen von Westeros zurückkommen, weil die sind ziemlich geil und die haben einen ziemlich epischen Kampf vor sich und es wirkt auch, also ich habe es jetzt damit verglichen, als ich es, äh, erst mal gesehen hab, mit Herr der Ringe. Herr der Ringe ist jetzt 14 Jahre her, der letzte Film, aber meine Güte, dass wir sowas in einer Fernsehserie sehen, so einen epischen Kampf, so einen geilen umgesetzten Kampf, der einfach nur wirklich auf Filmniveau ist, ähm, das macht einen schon baff. Ja, definitiv. Das Einzige, das Einzige, und das ist wirklich jetzt Nipp-Picking, also, äh, sorry, Jan, wenn du zuhörst, ähm, der Drache, der, der kommt so N64-Style-mäßig, so aus dem Nichts, in der ersten Szene. Das ist mir sofort irgendwie aufgefallen. Du siehst den, und der kommt so ohne irren Übergang aus den Wolken raus. Das ist wahrscheinlich genau das, ähm, was er in der, in der Folge gesagt hat. Das hat jeder gesehen, aber da war halt einfach keine Zeit, kein Budget mehr da, dann noch irgendwelche Effekte, um die, um die Ränder drum herum zu machen. Aber abgesehen davon. Ja, ich, ich guck nochmal grad kurz. Ja, stimmt, der, äh, kommt relativ schnell aus den Wolken raus. Ja, und die, und die Wolken haben keinen Effekt, die irgendwie andeuten würden, dass er aus den Wolken kommt. Er fadet einfach ein, er wird einfach eingeblendet, ja. Und, ähm, äh, ich hab das halt auch auf dem großen Fernseher gesehen und da ist mir das relativ schnell aufgefallen. Und das kommt auch, glaube ich, später nochmal, dass der irgendwie so eingeblendet wird. Aber, äh, abgesehen davon, wie du sagst, äh, großartig, ja. Also wirklich, äh, nach, oder zusammen mit der Schlacht der Bastarde, also wirklich ein absolutes Highlight, ja. Auch was die Spannung angeht, weil du gar nicht weißt, wie geht die Nummer jetzt aus, ja. Also zwischendurch denkt man ja wirklich, wird jetzt verdammt nochmal ein Drache abgeschossen oder nicht. Du hast keine Ahnung, ob Drogon jetzt vielleicht, Daenerys, klar, die wird überleben. Aber ob sie jetzt vielleicht doch noch Drogon verliert, dass in dem Moment, wo, ähm, dieses, 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 Pfeil-Ding da ausgegraben wird und Bronn sich da dran setzt, denkt man ja wirklich, oh mein Gott, schießt er jetzt den verdammten Drachen ab. Ja, aber für wen warst du denn dann in dieser Schlacht? Ähm, ich weiß es nicht. Für wen bist du eigentlich überhaupt so grundsätzlich so? Äh, ich bin Team Danny. Team Danny, ja, okay. Ja. Team Danny und danach, äh, Team John. Weil, die hat es verdient, nach all den Jahren endlich mal so ein bisschen Pam-Pam zu machen. John, der will ja eigentlich gar nicht herrschen, der will nur verteidigen. Ist gut, kann er machen, aber er hat keine Pläne für danach. Ja, ich, ach, ich bin eigentlich unentschieden. Also, tendenziell bin ich auch eigentlich so von Anfang an so Team Stark, yeah, aber, ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hab, ich wäre, danach wäre Platz zwei eigentlich Team Jamie, um ehrlich zu sein. Okay. Team Jamie, fragt mich nicht warum, aber, äh, den würde ich gerne am Ende noch, äh, sehen. Und ich find halt, ich mein, ich hab keine Merchandise-Artikel von Game of Thrones, außer eine Lannister-Kaffeetasse. Mhm. Ja, aber nochmal, um zu diesem Kampf zurückzukommen, das ist einfach, ähm, es gibt ein Making-of, das sollten wir definitiv in unserem Artikel hierzu nochmal posten, das jetzt, äh, heute vor, am Vorabend direkt rausgekommen ist, 15 Minuten, YouTube-Making-of, wie dieser gesamte Kampf gefilmt worden ist, und da sieht man einfach, dass das Filmniveau ist, was die da einen Aufwand reinsetzen, die haben, ähm, die haben Weltrekord damit aufgestellt, dass es die meisten brennenden Menschen in einer TV-Serie jemals war. Wo ich jetzt gerade hier beim zweiten Mal das gucke, frage ich mich, ob diese Waffen von den Dothraki, die gleiche Frage hatte ich bei den Butlets von den Klingonen auch, ob die eigentlich wirklich praktikabel sind. Also die sehen natürlich cool aus, diese Schwerter mit diesem Halb, mit diesem sichelförmigen Ding, aber ob die wirklich praktikabel wären, gegen einen Breitschwert, gegen einen Katana, wäre mal interessant. Wir hatten Jorah Mormont gegen... Ja, 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 aber ich rede jetzt wirklich von einem echten Versuch, ja, und nicht von einem Gestation-Fight. Ich glaube, da gibt es auch ein Video zu, da, ich meine, alle versuchen ja irgendwelche YouTuber nochmal wieder rauszufinden, ob es funktioniert, und da haben, glaube ich, auch so ein paar Kampfexperten schon diesen Kampf von dem, wie nennt sich's, Sichel-Ding gegen ein Breitschwert schon ausprobiert. Okay, ja, dann such mal eins raus, und dann werden wir das auch mal verlinken, wenn es sowas gibt. Und ich meine, immerhin ist der Tod durch Drachenfeuer ja, in Anführungszeichen, relativ gnädig, weil man verbrennt ja doch ziemlich schnell zu Asche. Dauert ja dann doch keine Minute. Das könnte schlimmer sein. Aber dadurch, ja, stimmt, aber dadurch, dass das Feuer dich so direkt erwischt, musst du, glaube ich, ein bisschen mehr leiden, als wenn du auf so einem Scheiterhaufen bist, wo du an dem Qualm erstickst. Eine Generation von Hexen werden dir wahrscheinlich gerade unrecht. tun. Ja, auf jeden Fall gibt's ja dann noch einmal eine Szene, eine Szene, und die fand ich, ich fand sie irgendwie cool, und trotzdem irgendwie ein bisschen out of, da hab ich mich so an Van Helsing erinnert gefühlt, als dann Bronn im Grunde genommen so in, in, in so Steampunk-Manier aus dem, aus dem Wagen dann diese Ballista rausholt. Stimmt, das ist echt Van Helsing, das ist so echt Van Helsing-mäßig, also wenn das jetzt noch so eine Gatling-Ballista gewesen wäre, wo so 20 Pfeile hintereinander abgeschossen werden können, dann wäre es echt Van Helsing gewesen. Ja, aber dann hätte Danny keine Chance gehabt. Nee, dann hätte sie keine Chance gehabt. Dann sehen wir die schlechteste Perücke in dieser ganzen Serie, nämlich die von dem einen Dothraki-Commander, der sieht da wirklich aus wie so ein Klingone aus der TOS-Folge, ja, also aus der TOS-Staffel, und dann ein Gedanke, den ich mal reinwerfe. Die Dothraki sehen auch alle gleich aus. Ja, die sind, ja, Klingonen sind auch alle gleich aus. Ich habe dann teilweise gedacht, dieser Commander wäre schon längst erwischt worden, weil die Schauspieler einfach so aussahen. Wir sind vielleicht, ist vielleicht wieder Vorurteile, die wir haben, weil wir nicht in diesem Kulturkreis drin sind, aber von einer puren Optik von jemandem, der sich damit nicht auskennt, die sehen ja alle gleich aus. Und was ich mich auch gefragt habe, vielleicht kann das mal ein Hörer beantworten, wenn der Drache über den See fliegt, dann zieht der auf dem Wasser so eine Wellenspur hinter sich her. Und ich meine, dass das nur funktioniert, wenn du überschall fliegst. Was dann nicht funktionieren würde, dass Danny einfach mal so sich da drauf halten kann. Also falls irgendjemand physikalisch in dieser Folge oder grundsätzlich bewandert ist und er weiß, ob das auch bei normaler Drachengeschwindigkeit, mein Gott, wie schnell wird der sein? 100 kmh? 150? Höchstens. Vielleicht sogar eher weniger. Und falls das irgendjemand weiß und ob dann bei dieser Geschwindigkeit schon so eine Furche durch Wasser gezogen werden würde, der möge es uns doch mal mitteilen. Das sieht einfach cool aus. Es sieht cool aus, genau. Ich glaube, da ging auch der Effekt einfach vor der, vor der, und ich meine, Bronn zielt auch irgendwo hin, aber definitiv nicht. Drogon ist das, ne? Ja. Ja. Das ist die Frage, wieso die nicht den Rest mitgenommen haben. Weil die keinen Drachenreiter haben und die Drachen dann nicht... Um ehrlich zu sein, war ich verwirrt, wie viele Drachen das jetzt eigentlich sind. War das nur der eine? War das nur Drogon? Es sind immer noch drei. Nein, nein, nein. Aber nein, das weiß ich auch. Aber jetzt bei der Schlacht, war das nur Drogon? Nur einer? Nur Drogon, ja. Okay. Das habe ich gar nicht so genau drauf geachtet. Nur der Boeing 747 Drogon. Ja, dann wird die eine Ballista zerstört. Gut. Ich habe ja schon, glaube ich, in der vorletzten Folge gesagt, dass irgendwie ein bisschen viel Geschiss um eine einfache große Armbrust gemacht wird. Ich meine, so ein Ding sollte man in Mastenproduktion ein paar Hundert herstellen können innerhalb von ein paar Wochen. Aber gut, okay. Scheint wohl jetzt wichtig zu sein. Wer weiß, was uns in King's Landing erwartet. Ja. Naja, also im Grunde genommen wahrscheinlich ein kompletter Bergfried mit Hunderten von den Dingern. Alles andere wäre schlechte Vorbereitung. Aber was ich hier aber noch fragen wollte, was glaubst du, ob die Einblendungen, wie man Tyrion immer sieht, glaubst du, dass es ihm einen Schritt zu weit geht? Ich meine, es sind seine Leute, mehr oder weniger, die da so abgeschlachtet werden. Glaubst du, dass er jetzt vielleicht, ich will nicht sagen, die Seiten wechselt, aber vielleicht doch nochmal, einen anderen Sichtweise auf die ganze Nummer kriegt? Na gut, was hat er bisher von Krieg mitbekommen? Er hat die Schlacht um King's Landing mitbekommen, wo er selber ein bisschen gekämpft hat. Da hat er aber an der Seite seiner Leute gekämpft. Und dann hat er nur eigentlich Kämpfe in fremden Ländern mitbekommen. Ich kann mir schon gut vorstellen, Danny hat das ja vorher in der Szene auch gesagt, ob er nicht wirklich das Ganze will oder seine Familie insgeheim doch unterbewusst schützen will. In dem Fall realisiert er, glaube ich, erst, wie zerstörerisch einfach so ein Drache sein kann und was er erst jetzt angerichtet hat, dadurch, dass er die Seiten zu Team Targaryen gewechselt hat. Ich glaube, er wird nicht zurückwechseln, aber ich glaube, er wird in Zukunft damit zu kämpfen haben. Vielleicht wird das nicht in der Serie gezeigt, was er genau damit angerichtet hat. Ja, weil ich habe mir das nämlich auch überlegt, weil der Schlachtenschreck kann es nicht sein. Er hat ja schon genug Schlachten mitgemacht am eigenen Leib. Und ich sage mal, die Schlacht in der Schwarzwasserbucht war jetzt auch nicht viel haarloser. Da war das Feuer halt grün und nicht gelb oder rot. Aber die war bei Nacht. Er hat kaum was gesehen und hier sieht er nicht aus der Perspektive des Kämpfenden, sondern aus der Perspektive des Regierenden, wie eigentlich die ganze Lannister-Armee einfach mal geplättet wird, wie die Leute wie bekloppt da rumschreien und was für eine Verwüstung so ein Drache anrichten kann. Ja. Aber trotzdem, sage ich mal, muss man jetzt ja auch sagen, das ist ein Großteil des Überraschungseffekts geschuldet. Die Dothraki sind auch nur in der freien Fläche so kampfstark. lockt sie in einen Sumpf in ein Waldgebiet, dann hat sich das schon wieder. Und wenn die Lufthoheit einmal ausgeschaltet wurde oder zumindest irgendwie eingedämmt wurde, dann ist der nicht mehr viel. Wir haben ja auch noch insgesamt vier Folgen, sind das viele? Ne, wir haben noch drei Folgen vor uns. Moment, wir haben jetzt die fünfte, sechste und die siebte. Meine Vorstellung wahrscheinlich, ich glaube nicht, also das könnte jetzt hier, was auch die in dem Making-of gesagt haben, die der Battle of the Bastards für diese Staffel gewesen sein. Das könnte der fette Kampf gewesen sein, der sich nicht toppen lässt in dieser Staffel. ist die Frage, was jetzt noch dazu kommt, ob noch ein bisschen taktieren dazu kommt, ob jetzt einfach die Bedrohung der White Walkers dazwischen kommt oder was wir jetzt einfach weiter sehen. Es ist halt verdammt wenig Zeit, um Cersei vom Thron zu stürzen. Das habe ich mir halt auch gesagt, wenn ich jetzt irgendwie noch White Walker und die Cersei-Nummer unter einen Hut bringen soll, habe ich echt nicht mehr viel Zeit. Das heißt, entweder ich handel Cersei in dieser Staffel ab und kümmere mich in der letzten um die White Walker, weil, also gefühlt wäre das irgendwie so, du machst jetzt noch vier Folgen Cersei und dann machst du White Walker, weil erst White Walker und dann Cersei ist irgendwie, passt irgendwie nicht so, oder? Du musst dir die Vorschau, also es gibt zwei Fakten, die wir hier, also die Vorschau einmal für die nächste Folge, die dir anschauen musst, weil da sehen wir die White Walker wieder kurz und so wie die Vorschau für diese Folge das angedeutet hat, könnte es noch viel, viel größer werden und der Regisseur, der hinter dieser Folge steht, steckt auch hinter der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob sie ihn wegen den Schlachten rausgesucht haben oder irgendwas anderen, es könnte bedeuten, dass wir wenigstens noch eine große Schlacht vor uns haben, nächste Folge. Wobei ich gar nicht mal glaube, dass so die Schlacht gegen die White Walker so sonderlich spektakulär ist. Also ich meine, natürlich wird die optisch ganz gut werden, aber so von der Dramatik her, da werden halt dann Zombies vom Drachen eingeäschert. Das ist nochmal eine andere Nummer als so eine Armee. Das werden wir noch nicht sehen. Ich glaube, in der nächsten Folge kehren wir nach Eastwatch by the Sea zurück. Also zu diesem, zu dieser Burg von der Mauer, wo auch hier Tormund hingeschickt worden ist. Und ich kann mir vorstellen, dass die von den White Walkers überrannt wird. vielleicht in den letzten fünf Minuten, nicht die letzten 20 Minuten, wie es jetzt hier funktioniert, oder vielleicht die letzten zehn Minuten. Aber ich glaube, dass dadurch die, es könnte sein, dass dadurch die Bedrohung der White Walkers noch mehr Form annimmt. Wenn das auch gegen meine Theorie, dass im letzten, in der letzten Szene der Staffel die Mauer fällt, sprechen würde. Man weiß es nicht. Wir waren nicht dabei. Wir müssen uns auch überraschen lassen. Fakt ist, wir haben nicht mehr viele Folgen. Genau. Und wir haben aber schon eine Menge Zeit verquatscht, nämlich 90 Minuten. Fast. Und wir haben immer noch nicht gesagt, ob jetzt Jamie stirbt oder nicht. Also er wird wahrscheinlich nicht sterben. Nein, das stimmt nicht. In der Szene, die wir sehen. Nein, glaube ich nicht. Aber wird er mit Bronn wegtauchen oder werden die in der nächsten Folge gefangen genommen? Ich könnte mir vorstellen, dass sie gefangen genommen werden und dann hätte man nämlich ein Tauschobjekt für die Greyjoy-Tante. Das könnte, ich glaube, so einen wichtigen Preis wie Jamie geben die nicht für eine Jahre Greyjoy auf. Keine Ahnung. Bruder für Schwester? Man wird sehen. Also das könnte, könnte Sinn machen und ich meine, Bronn ist für uns Sympathieträger aus Seriensicht in deren Welt who the fuck. Ja, also den schmeißt du die Klippe runter und zehn Minuten später weiß keiner, wer es war. Das stimmt. Aber letztendlich, ja gut, drei Folgen vor uns. Haben wir jetzt die Riesenschlacht in dieser Staffel schon gesehen oder haben wir doch zum Finale noch eine große? Das ist die große Frage. Vielleicht konnten die Macher der Serie ja noch ein bisschen was vor uns verbergen. Über die Seeschlacht und über diese Schlacht wurde im Vorhinein viel berichtet, viel gespoilert, wo ich mir zum Glück nicht viel durchgelesen habe. aber sehen wir jetzt in den nächsten Folgen nur noch Taktierung. Was sollte es denn sein? Eine King's Landing-Eroberung? King's Landing-Belagerung? Wie gesagt, ich könnte mir noch eine große Szene mit einem White Walker vorstellen. Ja, und da glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube, die White Walker, das siehst du am Ende wieder wie das letzte Mal. Ja, so ganz am Ende mal so einen kurzen Glimps davon und ich glaube, mehr wird da nicht sein. Aber gut, lassen wir uns überraschen. Folge Schul-Pist. Ich habe keine Ahnung, was kommt. Okay, ich auch nicht. Ich rufe auch extra nicht bei denen an, weil ich mir gedacht habe, nee, komm, lass dich mal überraschen. Ja, komm. Musst du nicht, die haben ja auch Arbeit. Und wenn ich da jede Woche anrufe und sage, was passiert da jetzt? Dann reden die ja nicht. Der hautiert uns das ja demnächst sowieso mal erzählen. Eben, dann reden die ja nicht mehr mit dir und dann kannst du so viel Kille-Pitsch kannst du gar nicht rüberachseln lassen. Genau. In diesem Sinne, sag mal eine Schulnote. Ähm, 10. Schulnote, verdammt nochmal. Ja, liebe Hörer, das ist das Bildungssystem in NRW. Man stellt eine einfache Frage und die Antwort ist 10. Ja, lass uns doch von diesen Schulnoten wegkommen und 1 bis 10. Aber Schulnote... Nein, wir haben jetzt Schulnoten gesagt. Das müssen wir jetzt auch durchziehen. 1 plus. 1 plus, ja? Ja. Okay. Nicht die ganze 1 plus wie Battle of the Bastards, weil das war noch intensiver und Hardhome fand ich auch noch ein bisschen intensiver, aber eine 1 plus im Rahmen dieser Staffel und den letzten Folgen, die wir so gesehen haben. Ja, ich gebe Ihnen eine 1 bis 2. Mir war es vorher ein bisschen viel bla bla blub. Das hätte ich halt in die Folge davor gepackt irgendwie, ja. Und dann hätte ich mir lieber diese Schlacht am Anfang gewünscht und statt dem Pseudo-Cliffhanger dann jetzt, wie es weitergeht. Also da hätte ich jetzt aus 2 Folgen, also ich wäre jetzt praktisch eine halbe Folge weiter. Aber gut. Deswegen jetzt ein bisschen anders geschnitten. Ansonsten war das wirklich, ja, Fernsehunterhaltung at its best, kann man gar nicht anders sagen. Hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Und vor allem, was mich an der Folge so berührt hat, im Anführungszeichen, war, dass ich halt in dieser Schlacht gar nicht so genau wusste, für wen bin ich jetzt. Also weißt du, bei der Battle of the Bastards war es klar, Hauptsache kein Bolton. Aber da war es so, ja, aber Bronn muss jetzt auch nicht und Jaime ist jetzt auch nicht so ein Arschloch und im Grunde genommen, hm, ja, also das fand ich war eine faszinierende oder eine interessante Wendung oder es hat mir bewusst gemacht, naja, außer gegen Cersei, also im Grunde genommen alle gegen Cersei. Ja, das stimmt. Ja. Okay. So, Minion, jetzt haben wir spät, ich muss das noch schneiden, damit es rausgeht. Also langsam ins Bett. Ja, genau, du kannst jetzt ins Bett gehen, ich schneide das jetzt noch, damit unsere Hörer... Schlaf ist gut für den Haarbuchs. Am Dienstag, ja, keine Ahnung, wenn du das weißt, ich hab damit kein Problem, ich schlafe auch so immer gut. Also in diesem Sinne, nochmal kurz der Aufruf, für alle, die es am Anfang der Folge nicht mitbekommen haben oder erst jetzt eingeschaltet haben oder die unter an ADHS-Syndrom leiden und deswegen gar nicht mehr wissen, was am Anfang der Folge war, wir haben ein Gewinnspiel für jede Folge beziehungsweise für die ganze Staffel. Am Ende der Staffel gibt es ein Game of Thrones Monopoly zu gewinnen und ihr könnt ganz einfach mitmachen, indem ihr unter das Posting für die Ankündigung oder für die Veröffentlichung dieser Folge auf nerdizismus.de, Facebook, Instagram und Twitter einfach eure Schulnote für diese beiden Folgen uns mitteilt, einfach drunter Chancen, Folge 3, Note 5, Folge 4, Note 1, was auch immer da eure Meinung ist und das macht ihr am besten bei jeder Folge bis zum Ende der Staffel und dann habt ihr auch entsprechend viele Chancen mit euch, eurem Namen im Lostopf dann zu landen. So, bleibt mir noch mitzuteilen, dass wir eine kleine Ankündigung haben, wir haben es glaube ich schon ein, zwei Mal erwähnt, aber jetzt ist es offiziell, wir sind Teil des Cosplay Village auf der Gamescom, das heißt wir werden am Freitag dem 25.8. glaube ich, auf jeden Fall der 25.8., am Freitag um 12 Uhr im Cosplay Village auf der Cosplay Stage eine Runde Nerd Quiz spielen und zwar Schlag den Nerd in diesem Mal in der Variante, auch da gibt es wieder tolle Preise von Winning Moves zu gewinnen und der Nerd, der zu schlagen ist, ist aller Voraussicht nach der Nerdizist Michael und am Samstag werden wir nochmal Schlag den Nerd spielen, dann aber mit der Bibi oder Bini oder Bibi oder Bianca, ich weiß es noch nicht, ich muss nochmal genau nachgucken, vom Fernsehsinn der Funk, die ist ein ausgewiesener Nerd, das habe ich mir sagen lassen und die wird dann euer Gegner sein. Also wer auf der Gamescom ist, schaut mal vorbei, Cosplay Village, Freitag und Samstag jeweils eine Dreiviertelstunde Nerd Quiz. Wer nicht da ist, der kann uns wieder hören, spätestens zur nächsten Folge Game of Nerds, die kommt dann nächste Woche Dienstag, Mittwoch wieder. Oder haben wir vorher noch irgendwas anderes? Ich meine, du warst ja jetzt heute in Dark Tower gewesen, machst du da, schreibst du einen Artikel zu, ne? Ja, vielleicht mache ich einen Single Nerd draus. Ja, also Nerdist Michael war jetzt noch in Dark Tower gewesen, wenn er da was zu sagen hat, dann wird er euch das auch mitteilen. Ansonsten, demnächst kommt Atomic Kitten, Atomic Blond ins Kino, auch dafür haben wir schon eine Filmkritik für euch fertig, die könnt ihr euch anhören. Und ansonsten bleibt mir in diesem Sinne nur zu sagen, guten Tag, guten Abend, gute Nacht, Mahlzeit oder was auch immer, wann auch immer ihr uns gerade gehört habt. Und ich habe gehört, es gibt Hörer, die hören uns beim Frühstück und manche hören uns zum Einschlafen. Ich weiß noch nicht, was jetzt irgendwie das bessere Kompliment ist. Auf der einen Seite... The night is dark and full of nerds. Ja, auf der einen Seite habe ich ja auch Podcasts, die ich zum Einschlafen höre. Das ist für mich das irgendwie so ein... Also ich, das würde ich dem Podcast aber nicht vorwerfen, dass es so langweilig ist. Ich würde ihm nur eher vorwerfen, dass es so berechenbar ist. Deswegen kann ich dann gut einschlafen, weil ich weiß, was kommt. Zum Frühstück höre ich keinen Podcast. Aber ich meine zum Einschlafen... Also uns beide hat man ja schon einen gewissen Podcast die ganze Zeit dabei. Also wir haben schon so einen monotonen Ton drauf, dass wir gut, perfekt diese Klanglage reinbekommen und euch nicht ins Ohr schreien, sondern nur ganz bewusst und ganz angenehm wie dieses... Wie heißt nochmal dieses Phänomen, wo man ins Ohr reinwispert, was im Internet in Videos verbreitet wird. Das machen wir ja mit euch. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wovon du redest, aber es gibt auch einen Einschlafen-Podcast, aber für den wollen wir jetzt hier keine Werbung machen, weil der hat schon Hunderttausende von Hörern. Wir haben noch nicht ganz so viele. Wir arbeiten dran und in diesem Sinne bis nächste Woche. Schlaf gut. Macht Jörg. Tschüss. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.